Hallo, ich bin Nadine Husenbeeth und ich erzähle euch heute etwas über mich. Karate hat mich total geprägt. Ich habe damit angefangen, als ich zur Grundschule gegangen bin, weil ich so ein bisschen Anfangsprobleme mit dem Selbstbewusstsein hatte. Ich habe mir viele Sachen angeguckt über Judo, alles was man sich so als Kampfsportart vorstellen kann. Karate hat unheimlich viel dafür gebracht, dass man mit Brust raus, Kopf hoch auf dem Abreiteplatz kommt, in die Schule geht und gleichzeitig hat es auch unheimlich viel mit Selbstdisziplin zu tun und natürlich auch noch, dass Karate jegliche Körperpartien trainiert. Das ist natürlich für mich als Ausgleichssport wirklich gut, weil beim Reiten ja doch sehr einseitig alles belastet wird und beim Karate trainieren wir wirklich jegliche Muskelpartien, die wir so haben. Das merkt man auch manchmal. Mit der Zeit macht man ja beim Karate immer weiter seine Gürtel. Also man fängt bei weiß an bis hin zu schwarz und das habe ich so step by step gemacht. Ich bin mittlerweile beim zweiten Braungurt und freue mich total, weil das auch eine Anerkennung ist, wenn man dann in der Reihe steht, relativ weit vorne beim Angrüßen, weil das ist ein Zeichen dafür, dass man gut dabei ist. Und es ist so, dass wir nicht wirklich diskutieren beim Training. Also wenn ich mit meinem Papa in der Halle bin und wir reiten, dann diskutieren wir da auch mal drüber, was habe ich gefühlt, was hat er gesehen. Und so beim Karate ist es dann eher so, dass man auch mal was gesagt bekommt. Man denkt vielleicht, nee, eigentlich will ich das jetzt nicht nochmal machen oder mir gefällt das nicht so. Aber man macht das, weil der Trainer einem das gesagt hat. Und es ist nochmal ein anderer, ja noch eine andere Art des Trainings. Und man lernt sehr viel Körperbeherrschung, was ja beim Reiten auch besonders wichtig ist. Ich bin dadurch unheimlich in Balance gekommen, sehr im Gleichgewicht. Und das hilft mir natürlich dadurch auch bei der Ausbildung der jungen Pferde. Ich kann sie dadurch besser unterstützen. Also ich kann da schon viel übertragen vom Karatetraining hin zum Reitsport. Natürlich greifen wir auch an. Wir haben Angriffstaktiken. Aber Karate ist vom Grundsatz her eher eine Verteidigungssportart. Wir lernen uns zu verteidigen und das ist glaube ich etwas, wodurch man auch viel Selbstvertrauen kriegt. Denn Karate schult auch unheimlich das Selbstvertrauen. Weil man weiß, wie reagiere ich in bestimmten Situationen. Wenn jemand auf mich zukommt, weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Und das ist etwas, was einem auch beim Reiten hilft. Oder nicht nur beim Reiten, sondern wirklich im ganzen Leben. Wenn man vor der Uni vor Hunderten von Leuten steht im Hörsaal und ein Referat halten muss, dann denkt man manchmal schon so, huch, ich werde ganz klein. Aber wenn man sich dann solche Gefühle wieder in den Kopf ruft, dann strahlt man das auch aus. Und das ist ja auch etwas, was beim Karate wichtig ist. Dass man eine Ausstrahlung hat und dem Gegner schon von Anfang an zeigt, du hast bei mir sowieso keine Chance. Ich habe auch eine Zeit lang mal angefangen, Karate bei Wettkämpfen zu machen. Das ist jedoch so, dass da kommt dann wieder mein Ehrgeiz ins Spiel. Dass man das dann nicht nur so nebenbei machen kann. Also wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig und voll. Und dann habe ich auch wirklich Ehrgeiz, da wirklich gut drin zu sein. Und da war dann auch so ein Zeitpunkt mal, wo ich mich entschieden habe, Karate wirklich als Ausgleichssport zu machen und nicht als meine Hauptsportart. Und bin dann doch bei den Pferden hängen geblieben. Und das war wirklich die beste Entscheidung, weil die Pferde mir unheimlich viel geben und ja, mein Leben besser machen. Jetzt habe ich euch etwas über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über mein Lieblingspferd Florida. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.